Heiliger Bim Bam, was ist denn da am Kryptomarkt gerade los? Alles explodiert. Was das für dich, für uns und für unsere NFTs bedeutet, das erfährst du in diesem Video, bevor du loslegst. Ganz wichtiger Hinweis. Alle haben gefragt, sie wollen unbedingt nochmal den Workshop zum NFT Trading Bot sehen. Deswegen, wir machen am kommenden Sonntag sogar Extra-Termine für Menschen, die in der Gastronomie arbeiten. Und abends ran müssen, sodass sie mit dabei sein können. Geh auf den Link hier drunter, melde dich an, sei am Sonntag ganz kostenfrei, wie immer, dabei und sei dir drüber im Klaren. Diesen Termin machen wir nur für dich, damit auch du die Möglichkeit bekommst, ihn noch zu sehen. So, jetzt, was ist denn da eigentlich los? Es ist Dienstag um die Mittagszeit und wir schauen mal rein, was ist denn da am Kryptomarkt los? Das ist ja völlig krass. Hier, ApeCoin, 12% nach oben auf 1,18 Euro. Bitcoin ist auf 32.167 Euro. Wir schauen mal ganz kurz in den Chart rein. Das ist das Maximum in einem Jahr. Also im letzten Jahr war Bitcoin noch nie so hoch. Und wenn wir uns das Maximum überhaupt anschauen, das hier, da sagen wir im Kryptobereich dazu, das ist eine Godcandle. Die geht steil nach oben. Da wollen alle noch an Bord. Weil, naja, wir waren halt mal hier oben bei 58.000 Euro. Und ihr wisst, die Menschen, die bullisch auf Kryptowährungen sind, so wie ich, die sagen 58.000 Euro. Das ist ganz schön, dass wir das mal gesehen haben. Aber da wird noch was kommen, was alles in den Schatten stellt. Und wenn wir uns ETA anschauen, ETA hat auch 8,9% plus gemacht. 1.712 Euro ETA. Wenn wir hier mal auf ein Jahr drauf schauen, waren wir zwischendrin tatsächlich im April 2023, waren wir mal auf 1.900. Und auch hier natürlich vom Maximum relativ weit entfernt. Aber auch hier eine schöne, süße, kleine Godcandle. Und ETA war ja im Maximum mal über 4.000 Euro. Also das Ding rums gerade so richtig nach oben. Ist das der Beginn eines neuen Bullruns? Geht jetzt wieder ohne Pause steil nach oben, so wie es halt immer und immer wieder im Kryptobereich zu sehen ist. Ihr wisst, ich bin seit 2013 bei Krypto an Bord. Ich habe jetzt, glaube ich, den fünften Bärenmarkt gesehen. Es geht halt immer dann wieder um 90% runter. Dann ist wieder Winter eine Zeit lang. Und dann geht es halt um ein Vielfaches wieder nach oben. Ich habe gesehen, den Rückzug von über 10.000 auf, ich glaube, damals waren es 3.000 oder 4.000, den Rückzug von über 20.000 auf wieder 10 irgendwas. Also das geht immer wieder massiv, massiv runter. Dann holt Bitcoin, ETA und alles, was dazugehört, DFI übrigens, auch Luft. Und dann rattert das Ding wieder nach oben. Gerechnet hatten eigentlich alle erst nächstes Jahr, damit nach dem Halving. Wir wissen auch noch nicht, ob das jetzt schon ein fetter Bullrun ist, ob der Bulle da jetzt durchgaloppiert. Das kann keiner sagen. So ein bisschen gibt es die alte Börsenregel wohlgemerkt. Er merkt, sell in May and go away, but remember to come back in September. Manche bezeichnen den Oktober im Englischen auch als den Uptober. Also ganz oft hat es am Jahresende am Börsenmarkt, auch im Kryptobereich, so Jahresend-Rallys gegeben, wo die Menschen einfach nochmal richtig reingeballert haben und mit an Bord sein wollten für den nächsten Bullrun. Ob das jetzt schon ungebrochen so weitergeht, das kann dir keiner verlässlich sagen. Und du weißt, ich versuche immer sehr seriöse Aussagen zu treffen und Prognosen sind sehr schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, das ist außergewöhnlich. Das ist ein Anstieg der Kurse nach oben, wie sie jetzt keiner erwartet hat. Also ich zumindest nicht. Und einige, die ich kenne, auch nicht. Was bedeutet denn das jetzt für unsere NFTs? Naja, es gibt ja relativ viele NFTs, die auch im Bärenmarkt immer noch sehr, sehr gut ihren Wert gehalten haben. Wenn ich da an Fidenzas denke, ganz viele Artblocks-Projekte, auch Kryptopunks kriegst du eigentlich nicht wirklich günstig. Sind schon runtergegangen. Aber so richtig günstig, dass du sagst, jetzt kriege ich nochmal einen Kryptopunk für 5.000 Euro nachgeschmissen, das nicht. Es hat auch jetzt im Bärenmarkt Wins of Yabanaba gegeben. Erwähne ich immer wieder, weil alle sagen, Bärenmarkt, die NFTs gehen nach unten und nichts geht mehr nach oben. Nein, das stimmt nicht. Manche Sachen gehen halt auch im Bärenmarkt nach oben, so wie Wins of Yabanaba. Wir waren jetzt vorgestern also beim Floor von über 10 Eter, also 17.000 Euro. Und das Anfangsinvest waren 2.300 für diverse Wins of Yabanaba werden auch schon über 20 Eter gezahlt. Gerade Blumen zum Beispiel sind sehr gefragt. Dann gab es Nami von dem Künstler Milk, N-A-M-I, der Künstler Milk wie die Milch auf Englisch, was eine wunderschöne, sehr meditative, interessante Welle im japanischen Stil ist. Hat gepumpt, habe ich jetzt am Wochenende gekauft, natürlich auch gleich meinen Mitgliedern gesagt. Also im Bärenmarkt ist einiges los. Was grundsätzlich wichtig ist zu wissen, ist, wer sind denn die klassischen NFT-Investoren, die NFT-Sammler, die NFT-Käufer? Das sind sehr Kryptonative, Krypto-affine Menschen, viele Fremdworte. Was heißt das auf Deutsch? Auf Deutsch heißt es, das sind Menschen, die mögen Krypto, Menschen, die Krypto mögen, haben Krypto. Und Menschen, die gibt's, die zigtausende von Ethereum und hunderte oder sogar tausende von Bitcoin haben. Denn da plötzlich alles, Bitcoin von, ey, wir waren im Juli letzten Jahres, oder war das dieses Jahr, waren wir auf Bitcoin 19.000. Jetzt sind wir auf 32.000. Das ist schon fast eine Verdoppelung. Und blöd gesagt, diese Krypto-Menschen und auch Menschen, die weniger Krypto haben, sind in so einem Bullrun, in so einem Pump, wie wir sagen, plötzlich alle wieder reich. Auf dem Papier. Und jemand, der auf dem Papier reich ist, überlegt sich, oh, okay, okay, jetzt sind meine Ether 10, 15, 20, 30 Prozent Mehrwert, meine Bitcoins sind Mehrwert. Ich wollte schon immer mal einen Krypto-Punk oder einen zweiten, dritten, vierten Krypto-Punk. Jetzt kaufe ich einen Krypto-Punk. Ich wollte schon immer mal einen Bored-Ape haben. Jetzt kaufe ich einen Bored-Ape, oder ich kaufe drei Bored-Ape. Ich wollte einen Mutant-Ape haben. Ich wollte einen Chromie-Squiggle haben. Ich wollte einen Fidenza haben. Ich wollte einen Wins of Yavanava haben. Kaufe ich jetzt, weil jetzt ist das Geld dafür da. Und du erlebst immer so ein bisschen so eine Anpassung, dass, wenn so ein Chromie-Squiggle bei 10 Ether ist und Bitcoin und Ether ist bei 1400, dann sind es 14.000 Euro. und wenn dann Bitcoin auf, wenn dann Ether auf 1700 steigt, dann passt sich manchmal der Preis in Ether so nach unten an, einen neuen irgendwas noch, dass es auf die gleiche Summe von 14.000, meistens auf Dollar gerechnet, rauskommt. Das ist manchmal so. Das ist aber auch nicht immer so. Manchmal gehen die einfach mit dem Bitcoin-Preis nach, äh, mit dem, Gott, oh Gott, was ich mit Bitcoin habe, mit dem Ether-Preis nach oben und werden gar nicht angepasst und werden trotzdem gekauft. Also die Preise werden nicht angepasst und die gefragten NFTs werden trotzdem gekauft. Deswegen, gefragte NFTs werden halt auch immer gefragte NFTs bleiben, auch wenn sie im Preis mal runtergehen. Auch, ähm, alle, die von, für Bored Apes, für Mutants Apecoin bekommen haben und die gestaked haben, deren Apecoins sind jetzt dann round about 20% mehr schon wieder wert, als sie schon mal waren. Das heißt, da sitzen Menschen plötzlich nicht mehr auf ein paar zigtausend, sondern schon wieder auf über hunderttausend, äh, mehrere hunderttausend unter Umständen. Also, das sind interessante Anstiege und die verlocken Menschen, ihr Geld auszugeben oder zu investieren und für kryptoaffine Menschen oder Menschen, die Kryptowährungen mögen, sind natürlich NFTs, gefragte NFTs, NFTs, die sie schon immer mal haben wollen, eine Sache, in die sie gern ihr Geld rein investieren. Deswegen, ich sage, so ein Kryptopump ist am Ende gut für viele NFTs. Nicht für alle NFTs, weil einfach nicht alle NFTs gefragt sind und auch ich habe ein paar NFT-Leichen im Keller, die werden vielleicht in dem Leben auch nicht mehr gefragt werden, außer vielleicht aus historischen Gründen oder was auch immer. Und ich habe viele NFTs im Portfolio, die jetzt wieder sehr gefragt sein werden, weil sie sogar, als die Preise unten waren, immer noch sehr gefragt waren. Also wenn sie jetzt nach oben pumpt, werden auch die wieder mit nach oben pumpen. Das ist so ein bisschen der Blick in die Kristallkugel, so ein bisschen euch mit an Bord zu nehmen hinter die Psychologie oder bei der Psychologie hinter den Kryptoinvestoren und NFT-Investoren und das ist das, was wir glaube ich sehen werden. Es war im Bärenmarkt schon die Flucht in Anführungszeichen in Qualität und es wird jetzt glaube ich auch weitergehen, jetzt wo die Menschen wieder reich werden und noch reicher werden, dass sie noch mehr NFT-Qualität kaufen werden und die NFTs endlich mal kaufen möchten, die sie schon lange haben wollten oder von denen sie schon lange mehr haben wollen. Mein Wort zum Dienstag aufgenommen Mittwoch, mal sehen, ob wenn dieses Video rauskommt, der Pump immer noch so weitergeht, wenn es in der Geschwindigkeit weitergeht. Ich meine, das ist eine Regel, gilt für alle Märkte, für die Börse vor allem, aber auch für die Kryptomärkte. Die Märkte übertreiben immer in jede Richtung. Wenn die Kurse fallen und wenn Bärenmarkt dann Vollabsturz, wenn nach oben Explosion, dann Vollexplosion und Rekord nach Rekord nach Rekord. Mich würde gar nichts wundern. Mich würde nicht wundern, wenn die Flamme jetzt wieder ausgeht und dann war so ein Zwischenpum. Mich würde aber auch nicht wundern, wenn wir straight jetzt bis Weihnachten auf fast 60.000 oder sogar drüber durchmarschieren. Würde mich gar nicht wundern, alles schon gesehen bei uns im Kryptobereich. Also, das alles und noch viel mehr erfährst du und lernst im Coaching und im Mentoring. Hier drunter ist der Link dafür und natürlich NFT Trading Bot, die Maschine, die Gelddruckmaschine, mit der du gerade in so einem Pump richtig, richtig gut Geld verdienen kannst, ist hier drunter. Komm ins Kostenfreie, in den kostenfreien Workshop. Schau dir das an. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Wir machen es so, dass am Sonntag wirklich alle nochmal eine allerletzte Möglichkeit haben, reinzuschauen. Hier drunter ist der Link. Melde dich an und ich freue mich, wenn ich dich dann dort begrüßen kann, wenn es wieder mal heißt All Things NFT.